Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mag ja die Leute, ich habe da jetzt auch übrigens, Grüße gehen raus, ich habe da auch einen Kollegen. Es kann ja mal passieren, dass es mal im Winter schneit und dann stehen die so da, oh, ja, hätte ich das mal gewusst. Also es gibt ja erst Winter seit heute, deshalb, also ich kann es verstehen, ich kann es auch verstehen, wenn man bei Glatteis mit 200 Sachen über die Autobahn brettert und sich dann wundert, oh, Aquapalanik, hier funktioniert irgendwie gerade nichts. Woran kann es liegen, ne? Woran hat es gelegen? Ja, ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Keine Ahnung. Bist du da, Helga? Wichtig. Ja, was ist los? Ist das nicht schön? Nee, zu lange, dass keine Neubahnen gibt, ist ja gar nicht schön. Ich meine doch den Schnee. Ach so. So viel Schnee. Ja. Sogar hier noch. Gut, aber ich muss dazu sagen, selbst bei uns im Sommer, muss man wirklich dazu sagen, gibt es bei uns auf dem Bahnhof auch Schnee. Selbst im Sommer. Also wir haben wirklich jährlich, egal was für eine Jahre Zeit, wir haben immer Schnee am Bahnhof, ne, bei uns. Zehn Zentimeter. Ja, nun hör mal auf. Ich will da nicht überlegen. Wir sind halt alle in Weihnachtsstimmung. Was? Wieso nicht? Weil mir der Schnee auf den Sängel geht. Deswegen. Ja. Ich weiß. Helga. Unpopuläre Meinung, aber ich hasse Schnee. Aber wieso denn? Nass. Kalt. Und macht nur Ärger. Was denn für ein Ärger? Ich. Heute Morgen. Weißt du, ich bin ja so ein Mensch, ich mag ja den Sommer. Obwohl die letzten Sommer, ja gut, Dauer fast nur 30 Grad oder über 30 Grad. Muss auch nicht sein. Muss auch nicht sein. Ich bin so ein gediegener Mensch, ich brauche so 20 Grad, das reicht mir. Mehr will ich ja nicht. Entschuldigung. Nee. Und ja, ich habe mich schon ein bisschen über den Klimawandel gefreut, weil die letzten zehn Jahre, ich habe jetzt, das ist das erste Mal, dass ich wieder Schnee sehe. Ich habe mich richtig gefreut. Ich habe meine ganzen Winterklamotten weggeschmissen. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt meinen Kindern sagen, die ich nicht besitze? Was soll ich denn jetzt sagen? Ja, gibt es doch wieder Schnee. Sorry, gibt es doch keinen Klimawandel. Ich habe dich verarscht. Du kannst wieder ein Strohhalm mit Plastik nehmen. Das ist doch kacke. Das ist doch scheiße. Was mache ich jetzt im Winter ohne Winterklamotten? Nee, finde ich nicht gut. Also ihr müsst euch jetzt mal entscheiden. Entweder Klimawandel oder es schneit wieder. Gibt es nicht beides. Um halb sechs. Kotzt mich an sowas. Ich habe beim Schneeschwitten bei mir auf den Burgerstolch. Wie sich das gehört. Kommt die Straßenmeisterei und haut mir das alles wieder auf den Burgerstolch rauf. Ja. Habe ich erst mal versucht, den Schneeschieber noch hinterher zu werfen. Oh Gott. Rutsch dich aus. Und trill mir erst mal schön mein Steißbein. Dein Steißbein? Und du weißt, was ich für ein empfindliches Steißbein habe, Morianne. Steißbein, Läger. So haben sie dich in der Schule immer genannt. Ja. Aber das sieht doch alles so schön aus jetzt. Giovanni Zarella, der sieht schön aus. Aber der Schnee, der gehört doch zu Peter. Genau. Oder ich zum Beispiel. Ich sehe ja auch irgendwo schön aus. Aber der Schnee ist doch nicht schön. Das alles weiß. Ich will Farbe in mein Leben. Ich will doch nie alles hier schwarz und weiß nur sehen. Ich will keine Kontraste. Ich will Farbe. Ich will rausgehen und sagen, ach, schönes gelbes T-Shirt. Sieht total scheiße aus. Und damit lockst du immer voll viele Insekten an. Aber ey, sieht schön aus. Danke dafür. Ja, ich mag das nicht. Im Sommer zum Beispiel. Ich trage zum Beispiel sehr gerne schwarz. Weil schwarz so viel mehr als eine Farbe ist. Schwarz ist... Ja, ja auch. Also ich... Das ist... Das streitet Lebensenergie, Lebensfreude aus. Und im Winter ist alles weiß. Und ach... Nee. Nee, nee. Und dann noch die Kälte. Nee. Nee. Gefällt mir alles nicht. Will ich nicht haben. Will ich nicht haben. Deshalb bin ich nicht nach Deutschland gezogen. Ich bin nach Deutschland gezogen, weil hier der Klimawandel stattfindet. Weil ich keinen Winter mehr haben wollte. Und was ist? Der Winter kommt. Super. Super. So. Und hör mal. Guck mal da. Die Kinder kommen alle raus zum Spielen. Weg. Weg. Lass sie da. Geht rein und macht euch den Fernseher an. Ja, bitte. Oder hört Walkman oder sowas. Die armen Kinder. Wenn das alles weggeschmoss ist, mache ich mir erstmal ein Eierlikör auf. Das wird wohl... Hahaha. Hi. 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 Ja. In Amerika wäre das jetzt ein Angriff gewesen. Und ja. Da hätte man sich wehren dürfen. Hier ist es ja auch... Hm. Wieso liegt denn da ein totes Kind? Da wird gleich gefragt. Ja. Und wenn man sich dann erklärt. Passen Sie auf, Herr Wachtmeister Uwe. Das liegt da, weil der einen Schneeball geworfen hat. Es tut mir leid, aber ich musste doch mein Grundstück verteidigen. Das hätte auch ein Stein sein können. Da wirst du wieder blöde gemacht. Dann kommst du ins Gefängnis. Ne. Ich sag doch. Winter hat nur Nachteile. Nur Nachteile. Was kommt denn als nächstes? Weniger Steuern in Winter zahlen. Super. Toll. Ne. Gefällt mir nicht. 1, 1, 1, 0. Hey, go. Ja. Da können sie direkt mal, äh, 5 bis 6 Streifenwagen schicken. Ja, schwere Kofferverletzung bis hin. Äh. Totschlag, würde ich schon fast sagen. Ich bin heftig, ich bin todig. Heftig schneeballisiert. Das war doch aus Versehen. Nein, ich weiß nicht. Hier sind so grob, sag ich mal, geschätzt, äh, 50 bis 60 Jugendliche. Das sind Tobi und Bianca. Von den Klütmanns die Kinder. Tobi und Bianca heißen die Gören. Nimm sie auch gleich noch ein paar Hunde mit. Du übertreibst, Helga. Ne, ne, finde ich richtig so. Wieso sind die eigentlich nicht in der Schule? Ist doch ausgefallen. Die ist ausgefallen. Ja, wegen Schnee. Warte mal, warte mal. Die ist ausgefallen. Wegen Schnee. Ist doch viel zu gefährlich, der Schuhe will. Natürlich. Moriane. Ich warte jetzt eigentlich von Lauterbach nur in Schneeplan. Dass wir uns gegen Schnee impfen lassen. Mindestens 5 Impfungen möchte ich haben. Bitte aber zu jeder Impfung mindestens eine Bratwurst. Mindestens eine Bratwurst würde ich geschenkt bekommen. Dann könnt ihr mir aber glauben. Da mache ich aber hunderte Impfungen. Da mache ich aber hunderte. Aber, ne, ist ein anderes Thema. Ich hoffe, es kommt jetzt ein Schneeplan. Wirklich. Also, wir sollten, ähm, immer wenn es schneit, einen Lockdown. Also, in meinen Augen sollten wir einen Lockdown verhängen. Weil man kann ausrutschen. Man kann erfrieren. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ich sage es immer wieder. Winter ist scheiße. Ein bisschen geschnallt. Ich weiß, weißt du, wie ich früher zur Schule gegangen bin. Oh Gott, nun geht das wieder los. Knackig. 78, 79. Schneekatastrophe. Ja. Oder war das 97? Eeeh. Schneekatastrophe. Da bin ich zwei Kilometer, bin ich da zur Schule gelaufen. Ja. Barfuß. Barfuß? Wir hatten doch nichts, Morianne. Nee. Morgens gab das geröstete Bananenschalen. Das war damals so. Schneekatastrophe. Ich morgens barfuß zur Schule. Und bist du angekommen? Nee, das nicht. Aber der Wille war doch. Aber wo bist du denn gelandet? Drei Tage später hat man mich mit dem Hubschrauber aus dem Wald in Dänemarken. Ich weiß, meine Oma hat mir mal damals erzählt, wo ich klein war. Ich bin jetzt immer noch klein, aber wo ich noch kleiner war als jetzt. Da war ich jetzt 1,95. Und da hat mir meine Oma immer erzählt, ich glaube, das war 86, das war noch zu DDR-Zeiten. Oh. Da kann ich euch Geschichten erzählen. Aber das ist eine andere Story. Und da hat sie mir erzählt, da hatten die wirklich 50 Zentimeter Schnee. Und das ist, glaube ich, dann wirklich auf 70 Zentimeter angestiegen. So. Aber nee, nee, die Kinder durften nicht zu Hause bleiben. Die sind dann schön in die Schule gegangen. Das ist doch nur Schnee. Schnee tut euch nicht weh. Schnee tut euch nicht weh. Das, da kann man schon in die Schule gehen. In Sibirien, meine Freunde der Sonne, kriegen die erst Schule frei bei minus 43 Grad. 45 Grad, minus 43. Ach, ich weiß es nicht. Aber die kriegen dann erst bei minus 43 Grad frei. Hallo, überleg doch mal. Graus geholt. Was? Ich bin deutsch abgebogen. War ja alles zugeschnallt. Wie gefährlich. Ich sag mal so. Das war auch ein bisschen kalt nachher. Wie kalt war das denn? Minus 13 Grad waren das. Oh Gott. Das muss man mal umrechnen. Das waren minus 33 fahren heute. Deswegen magst du auch den Schnee nicht. Nur Schlechtes hab ich damit erlebt. Das tut mir leid, Helga. So. Und nun willst du mir erzählen, dass die Gönnen das nicht schaffen, aus dem Mama-Taxi auszusteigen, um die letzten 30 Meter zur Schule zu gehen. Ich liebe den Schnee. Kann ich nicht anders sagen. Gefährlich. Ja, dann kannst du gerne auch den Schnee aus meinem Garten haben. Verkauf ich dir. Es ist Black Weekend. 100 Mark, dann ist er deiner. Ich liebe den Schnee sogar so sehr, dass ich mir heute Morgen ein Gedicht für ihn ausgedacht habe. Ach du Scheiße. Aber das musst du jetzt ja nicht vorlegen. Schneegestöber und Morianne. Oh Gott, es will. Es fällt die Flocke an. Oh, mir geht es ja schon beschissen. Es fing noch gar nicht an, aber meine Stimmung ist heute komplett im Arsch. Aus der Wolke. Sie taumelt runter auf das Dach. Hä? Und ist sie unten angekommen, werden alle Kinder wach. Ich auch, wenn die da am Rumprein sind. Ich hoffe, die Kinder werden eh wach. Weil wenn die Kinder wach werden, dann gibt es aber ein paar Schneebälle ins Gesicht. Die sollen schön wieder reingehen. TikTok. Oder hier, was die auch immer machen. Hier, Modern Warfare. Oder wie heißt es hier? Fortnite. Aber nie draußen mit dem Schnee rumspielen. Das ist gefährlich. Es flockelt immer, immer mehr. Die Freude riesengroß. Es flockelt. Doch durch den Klimawandel ist Frau Holle ganz bald arbeitslos. Morianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Kohlsuppe mit Hackfleisch und Kartoffeln. Kenn ich nicht. Nee, zu gesund. Nee, und Vitamine. Vitamine ist auch nicht so meins, weil das mag ich auch nicht. Und das kriegen meine Mehrspanen. Nee, ich hoffe, man hat bei mir gemerkt, dass ich, ich mag den Winter. Ich bin großer Freund von Winter. Vor allem, wenn der Winter irgendwo in Grönland ist. Das ist in Ordnung. Da kann auch der Winter bleiben. Der Winter kann auch irgendwo in Russland bleiben. Von mir aus Norwegen, also ganz Skandinavien. Aber ich will den Winter hier nicht in Zentraleuropa haben. Möchte ich nicht. Möchte ich nicht haben. Ich bin extra mit null Jahren hier rausgekommen. Weil ich vorher noch meine Mutti gefragt habe, Pöse Öff, gibt's hier Winter? Ja, mein Sohn, noch. Aber es zieht gerade dooflos mit dem Klimawandel. Es könnte sein, dass bald kein Wetter ist. Habe ich gesagt, alles klar, ich bleib hier. Habe ich gesagt, ich bleib in Deutschland. Hab mich zwar nicht integriert, ne. Aber ich bin halt jetzt hier. Ihr müsst damit leben, ne. Ich muss auch mit meinen Warzen leben, die ich untenrum hab. Ist halt manchmal so. Manchmal muss man in sauren Apfel beißen. Aber ich will kein Winter haben. Ich mag kein Winter. Ich find's kalt. Und nee, will ich nicht. Hab ich keinen Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch nicht. Weil mit solchen Leuten will ich auch nichts zu tun haben. Wenn ihr Winter haben wollt, dann geht zum Bahnhof bitte. Bei uns, wie ich schon gesagt, bei uns am Bahnhof schneit's immer. Selbst im Sommer. Dann geht bitte da hin. Da seid ihr unter euch. Da könnt ihr euer Winter feiern. Aber bitte nicht mit mir. Ich will damit nichts zu tun haben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da. Lasst Kommentare da. Lasst Wortschreiben da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss. 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 Vielen Dank.